Und damit willkommen zurück zu TTT mit den üblichen Verdächtigen mit... Ich hab Schops. Okay, Entschuldigung. Bitteschön, mehr wollte ich nicht sagen. Nice. Ich hab nicht runtergezählt. Also warte, 3, 2, 1, so jetzt. Whisky schwimmt im Wasser ohne Delfin-Abzeichen. Jo, lass den Eckt in den Schädel schießen. Ich hab nicht mal ein Sehpferdchen. Jedenfalls guten Tag an die Zuschauer. Hallo, ey. Hallo, ey, guys. Hallo, ey, was geht? Das ist ja voll die geile Delfin-Abzeichen. Wie geht's euch so? Du scheiße, ich bin innocent. Du scheiße. Oh nein. Oh doch. Dann könnt ihr ja gar nicht gucken, ob der Schub geht. Ich rutsche jetzt mal die Rutsche und da ist mir. Was war das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Ach so, Traitor-Tester. Ja, okay. Pro-Nubi ist, glaub ich, innocent, oder? Kannst du aber auch faken. Grund ist so bei mir. Also besetze, alt safe. Kann man faken? Wie kann man faken? Kann der Traitor faken. Ja, aber dafür braucht er auch ein Gegenstand, oder nicht? Who is closed? Nein. Pool wird geschlossen. Ach so. Ach so, okay. Geh nach Hause. Das können die Traitor auch machen, übrigens. Muss man durch das linke Ding gehen für den Traitor-Tester, oder was? Ja, ich mein schon. Aber der Traitor kann, wie gesagt, das faken. Wir sind gerade durchgelaufen durch die Glocke. Ach so. Okay, wir sind beide innocent. Der Fahrstuhl. Komm, Hesky. Der auch. Komm, Hesky. Was? Komm, rutsch mal, komm. Zeig mal, ob du innocent bist. Komm, hoch. Ja. Da oben hin, ne? Also, Tabi ist auf jeden Fall vor oben. Kann man da ja sehen. Äh, links oder rechts? Ist egal, glaub ich. Ne, die linke muss es sein, glaub ich. Ja, ich bin auch links gegangen. Nein, die Quatsch, ich bin rechts gegangen. Wir sind rechts, sind wir gegangen. Egal, ich geh nochmal links. Let's go. So, ich glaub, jetzt mit Tabi hinterher. Aha, Hesky. Wieso ich? Oder war es bei Tabi? Ich glaub, Tabi ist noch bei mir oben. Ne, ich bin immer noch oben. Ah, da ist ein Papierflieger hinter dir. Da ist ein Papierflieger bei dir. Chrono, kann ich dir vertrauen? Lara, Hesky hinter dir. Ja. Okay, Hesky und Lara sind's. Hesky und Lara sind's. Hey, ich rät gerade mal die erste Person. Nein, ihr seid es auf jeden Fall beide. Ich würd' dich doch nicht vor dem Papierflieger warnen. What the fuck? Ich hab dich ja von Lara gewarnen. Du hast nicht reagiert. Also seid ihr auf jeden Fall beide zu mir. Ich hab zugehört. Das Problem hat mir auch schon mal. Ich rät dir einfach nicht zu. Ich bleib dabei, ihr seid es beide. Aber so wie ihr in Panikgerät geratet? Ich wette einfach alles, was ich jetzt gerade hab. Ich hab zwar nichts, aber ich wette alles. Okay, dann wette mal alles. War, was? Ähm, wer hat geschossen? Ich. Nur so zu... Warum schießt du auf mich? Aua! Na du, die... Verdächtig. Okay, okay. Was ist alles? Gut, Lara, okay, okay, okay. Nein, ich schieß gar nicht auf dich gerade. Ich dachte, okay, du hast Hesky getötet. Hab ich gesehen. Ähm, aber ProNook, du machst das nicht so, dass ich jetzt denke, dass du unschuldig bist, oder? Du kannst ja doch umstehen, dann bist ja safe. So groß ist mein M-Buch nicht. Ah, okay, Lara ist ja. Okay. Alter. Alter, Lara. Der Papierflieger war ein bisschen... Ja, da kommt auch Papierflieger gerade an. Okay, wir wissen, bei Jackal sagt er auch, dass Traitor ist, ne? Ah, okay. Danke, Hesky, dass du dich aufgeopfert hast. Lara, ich bin gestorben, weil Hesky ein Doorbuster hat. Bei was? Ja, ich wollte, ich bin hinten, da wollte ich die Tür aufmachen, da hat der Doorbuster gemacht, die Tür ist explodiert, ich bin gestorben. Oh, schuldig. Das Problem ist, es sind ja zwei Türen, ne? Ja. Und ich wusste, ich nehme mich jetzt nicht gut auf die rechte Tür. Ja, ich hatte natürlich wieder 50% Chance und habe wieder vergeigt. Schön. Aber ich kann diesmal den Shop. Ich habe keinen Shop. Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Ja, sonst hätte ich ja den Papierflieger nicht gesehen. Oh, was, lass mich wenigstens durch. Ich habe nichts gesehen, okay? Ich mache doch die Tür zu. Übrigens, hier ist Traitor-Raum, ne? Ich weiß. Also, dieser Automat, auch lustig. Also, das mit dem Pool-Close und so habe ich gemacht. Ja. Ich habe auch versucht, Pro-Noob zu vergiften, habe daneben geschossen, weil ich bin dumm. Ja, wenn Leute sich viel bewegen, das ist schlimm. Ja, und der Papierflieger war ich auch. Ach so. Dann bin ich weitergelaufen und dann, bumm, war ich tot. In der Kamera sieht man mich mal ein wenig aufregen, aber sonst... Ein wenig. Guckst du mittlerweile noch geradeaus, oder ist das immer noch so von oben herab? Ach, halt die Klappe. Pro-Noob! Okay, da hinten ist Lara. Ich habe Pro-Noob gehört. Von Matze. Nee. Matze lebt schon noch? Entweder lebt Matze noch und er beschuldigt Pro-Noob bei der Absicht. Oder Matze ist tot. Und Pro-Noob ist es. Matze, bist du tot? Ja, als ob er jetzt antworten sollt. Äh... Ja, er ist tot. Also Pro-Noob ist es natürlich wahrscheinlich. Wieso geht die eine Tür zu, wenn ich die eine aufmache? Oh, Grunt! Weil du beide gleichzeitig aktivierst. Warum brennst du? Grunt, warum... Ich habe nichts gemacht. Alles brennt. Ich glaube, entweder Tabby ist tot oder jemand anderes. Wer lebt denn jetzt noch? Ah, okay. Grunt ist... Äh, ich sehe eine Leiche. Ich sehe zwei Leiche. Alter. Oh, Tabby war Traitor. Perfekt. Bro, wo bist du? Bro. Trät mit mir. Ich weiß, dass nur noch du da bist. Oder Matze. Einer von euch zwei. Wir können das natürlich auch weiter anschweigen. Ich habe damit kein Problem. Oh, okay, ich höre was. Hoppala. Ah, moin, Alüche, ey. Komm mal her. Nein, der verdammte Scheiße. Ey, das war awesome. Das war richtig awesome. Immer diese Leute, die fragen, oh, entweder lebst du oder du noch. Doch, doch einfach Tab. Ja, manchmal ist es ja nicht mehr oder nicht. Ja, ist doch unspaßig. Ja, aber du kannst doch genau gucken, ob du noch Matze lebt. Ich habe ihn ja vorher kontrolliert, ob er tot ist. Ich bin laut. Ich bin laut. Das Geilste war einfach dieses Amaterrasso. Und er rastet mit dem Schwert einfach total aus. Ey, wie so ein Massaker. Das war schon echt brutal. Boah, ich habe wegen dem Feuer nichts mehr gesehen. Ich wollte dich mit der Katze abschießen. Aber das Lustigste war gerade, es war einfach still und so dann, hallo? Ja, hallo. Oh, ich bin Jakal. Was? Ja, ich bin Jakal. Okay. Okay. Hast du einen Job? Ja, ich habe ständig einen Job. Also ich habe nicht die Probleme, die du hast. Ich habe kein Problem mehr. Kannst du mich zum Sidekick machen? Nee, ich wollte gerade jetzt einen Sidekick machen. Bitte seid alle nett zueinander. Boah, was ist das für ein Schritt? Ich habe zwei Sacken hinter dir. Nicht vom Becken heranspringen. Ey, Whisky? Ja. Ich bin vom Becken heranspringen. Whisky ist greater. Der hat einen Doorbuster gemacht. Ich habe mich hier drin versteckt. Der ist oben auf dem Dach jetzt. Der hat einen was gemacht? Doorbuster. Der kommt nicht in diesen komischen Raum mit den Dingern. Ach so, wenn man die Tür jetzt auf oder zu macht. Mit den Schläuchen. Schläuche? Was für Schläuche? Mein Gott, Rohre, so. Da, wo ich den Genji gemacht habe gerade. Ja, da ist eine Tür, Doorbuster. Ich bin dritte gefangen. Und ich versuche gerade, Whisky zu killen. Und wie willst du ihn killen, wenn du gefangen bist? Ja, er ist hier auf mich. Whisky steht auf mich. Der ist oben. Huch. Ich höre nur, dass überall irgendwo... Oh, okay. Ich weiß, wo Whisky ist. Ich haue ab. Oh, hier ist gerade einfach eine Tür aufgegangen. Und du bist sicher, dass du Whisky ist? Er hat auf mich geschossen. Ja, hundertprozentig, weil er hat hier die Tür... Ja, ich bin das. Ja, ich bin das. Gibst du. Du bist entnervt. Wow, was ist jetzt los? Also, Whisky... Schießt du? Nee, wer schießt da? Ich habe gerade zuletzt irgendwo weit oben gesehen. Whisky schießt! Ich treffe mich mal. Das ist so eine scheiß Waffe. Der ist hier rein. Warte, hier rein. Er kann sein, dass er irgendwo weit oben ist. Nein, und dann spawnst du quasi oben. Okay. Also, quasi, wenn du jetzt hier hochguckst. Irgendwo. Hättest du eine Sniper mitzillen müssen. Es ist an sich eine Sniper. Grunt ist... Grunt hat Matze erschossen. Ich habe es aus der Ferne gesehen. Oh, nein, 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 nein. Jetzt hör doch mal auf, so langsam zu laufen. Danke. Wirklich? Hat das eigentlich gedauert? So, hier sehe ich auf jeden Fall Whisky. Ich bin nicht Trader. Ich schwöre. Das ist aber Dracal. Ja, okay. Gebe ich zu. Puh. Sicher. Das ist ja eine richtige böse Map hier. Hm. Ich hänge überall fest. Hm. Hm. Nur Mülle im Inventar. Aber mir sieht es nicht anders aus. Äh. Auf und dich reicht es. Aber ich glaube, einer lebt noch auf jeden Fall. Aber ich sehe es ja nicht. Hä? Wo seht ihr denn das? Jungswo. Wo seid ihr? Also ich... Okay. Puh. Ich gehe nach Hause. Okay. Ich bin unschuldig. Ich bin... Ich bin... Bad Boys for life. Genau, schlechte... Schlechte... Äh... Schön probiert habe ich. Schön probiert, aber kannst du vergessen. Ach, du bist... Ey. Juts. wo hast du sag mal tabi tabi warst du hier schon tot wir sind jetzt ja ich bin ja ja es ist schlecht gewesen ist jetzt auch ich mir auch ein blind genauso schlecht aber ich bin über den scheiß taunen hier rüber mit welcher wahrscheinlichkeit ich war eine jede runde oder 50 prozent chance ich mache heute den grunt was heißt den grunt machen das war's mit vertrauen ach so die arme ist ja toll pro noob irgendwie ging ich davon aus dass du jacquard bis bei hiski und grunt immer unschuldig ich habe einfach kann wenn ich bin in der al 15 habt dann guck mal durch das fernrohr das ist echt kacke das ding was sind ja was habe ich sowas habe ich schon wieder versteckt tabi habe ich doch hier ja ich dachte ich dachte du machst willst du bist schakal nein jetzt lass mich endlich hier rein mann oh nein oh nein das gibt's doch nicht da ist die geschlossene veranstaltung hier oder was ne ich geh wieder raus was ist mit so risky okay tschala wer hat den nervösesten finger von uns ich nicht hau ab das ist jetzt diese gleichgültigkeit gute wurst wie geht's euch schlecht schlecht wieso also wem hat die noch auf uns gerade geschossen ich will überhaupt mal grunt ich hab gegen das fenster geschossen deswegen kill ich denn jetzt wieso killst du mich jetzt deswegen ja ich will auf grunt auf jeden fall toll versteckt das ist echt toll das versteckt also ich finde sie dich irgendjemand schießt auf mich ja grunt grunt und hilski und warum da oben boah wer ist denn das heimate ne da oben ist grunt und der ist irgendwo auf ner treppe oder so und ich bin hier nicht ich bin hier nicht durch mhm ah what is it wirklich rot der is dead oh mich hat der angefixt sag ich doch wer ist das da hinten iski ist der letzte ne global hat mich gerade geschossen glaube ich wann wo tabi ist es tabi hat mir eine scheiß statue hinüber oh eine statue befolgt mich nein nein du musst dich angucken ja ich guck jetzt lol doch nee bei der musst du weggucken nein tabi sag doch tabi wo ist sie denn diese wo ist tabi kriegt die mit tot ne nicht blinzeln nicht blinzeln wo ist tabi hin ist ja unfair selbst wenn sie mich wirklich oh eh ist sie jetzt weggeglitscht wo ist sie denn jetzt ja irgendwo guck ja du musst auf die glitschen und her die glitschen und her ja die will eigentlich immer hinter dir und dann dass du stürzt also jetzt geht schon da ist so ne scheiße hier ich mag die nicht ich bin gleich das tot ist oh aufpasst dann guck da hin ja ich weiß krieg die weg da kommt ein papierflieger ja die kannst du mit nein nein geh weg papierflieger oh gott ich bin gleich tot oh gott die haben papierflieger ja nein die verfolgt mich also die statue ist richtig unfair oh gott ich hab sie die ist schakal dann ist die äh ne warte mal wer hä na grunt ne grunt ist ja schon tot Lara oder du ihr seid äh traitor weil der papierflieger verfolgt mich immer noch ich bin fast tot ne Lara kann es aber auch nicht sein also ich hab die ein paar vier flieger wegfliegen sehen von der vererne ich auch oh ich hab ihn glaube ich geschützt ja ich bin safe ok oh die statue kommt immer näher ich weiß nicht was ich tun soll vielleicht glaube ich es tot ist ich werde von Lara und der statue umzingelt gerade also ihr könnt euch gegenseitig machen wie gesagt äh ja Matze wo musst du eigentlich jetzt sag ich euch nicht weil ich äh versteckt bin weil der versteckt ist ich will das mit der statue ist ja nicht ich finde das echt interessant ich hab da gar keinen Bock drauf gerade ne wie gehässig die wie gehässig die lacht ey freut sie sich ja die freut sich die freut sich den Ast ab grad lass mich mal hier durch bitte nö warte mal kann man nicht warte mal warte mal glaub ich warte dir hinterher dann hüttet es uns beide ich glaub der papierflieger ist weg oh nein der ist noch ähm Gott sei dank ne warte mal hä der macht gar nix egal ich mach die tütsen ne was soll ich denn das geh weg ah was macht der denn blickt der ewig hinterher oder was der der papierflieger ja da scheinst du kannst du mal aufhören mich hinterher zu laufen ne da fühl ich mich bei dir sicher komm her du fühlst dich bei mir sicher ja alles klar Matze sollen wir die Startflut zu dir führen den kleinen weinenden Engel und jetzt hättest du dich aber fast gehabt ja ich weiß wie kriegt man die denn weg das war nur noch das war nur noch ein Millimeter ich sag's dir das kann ich auch nicht kaputt machen so ich bin trotzdem der meiner Hiski ist das noch Matze sagt ja auch nix mehr ja boah diese Statue oh ich hab ein Auge behalten ja versuch ich ja hä? er sagt ja Hiski ist noch am Leben boah diese Statue geht mir so auf den Zeiger da kriegst du richtig da kriegst du richtig äh ich bin in der Hose sie ist weg sie ist weg sie ist weg sie ist weg wo ist Matze? Matze ist tot den hast du doch gerade angeguckt wie ist der gestorben? hast du gerade geschossen? ne Hiski hat gerade geschossen hä? ich war die ganze Zeit bei dir nein Hiski oh endlich jetzt leute ich dich gerade erschießen Matze übrigens ich hatte gerade auch nix mehr im Traitor Shop das ist irgendwie verbuggt der Papierflieger je näher an einen kommt desto langsamer wird er und gegen die Statue kannst du nix machen außer sie angucken ey Lara und Lara schön mit mir gespielt ja bitteschön für Papierflieger und Statuen endlich mal hab ich die Sachen auch genutzt das war schon ne geile Folge bei Dr. Who ey mit den engeln da ich hab keine einzige Folge davon jemals gesehen ich kenn nur die Folge tatsächlich war das dann nicht so dass hier die 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 Freiheitsstatue dann auch? die Freiheitsstatue? ja doch doch da hab ich irgendwann ein Screenshot gesehen ey das war das gab mehrere Folgen das war bei Ghostbusters ich kenn die mit den ganz also da sind mehrere Engel dann und die sind im Keller und äh wir stürmen das gleichzeitig ey Pro komm da ist Matze drin wir müssen das gleichzeitig stürmen weil beide Türen kann er nicht gleichzeitig kontrollieren ich bin innocent und ich beweist das indem ich jetzt oben die Rutsche runterrutsche wie viele Staffeln Dr. Who gibt es eigentlich? ich will auch und welche würdet ihr empfehlen? ja bei der ersten bei der ersten oder? hört mal alle genau hin jetzt kommt gleich die Glocke weil ich rutsche runter habt ihr es gehört? Perfekt ne ich will auch mal rutschen ich will auch mal rutschen das ist der Sound wenn du auf die Rutsche drauf springst who is closed? also Hiski oder Pro Noob hä? wieso ich? ja ich bin du versteckst dich doch hier im Raum hinter ich walte Hiski im Auge hi hey Noobie wie wärs wenn du mal rutschen gehst? ich seh dich Hiski ich vertraue dir nicht du warst in einer Kabine die Tür war zu warum würdest du die Tür zu machen? du hast bestimmt einen Traitor Shop geguckt komm Noobie wie wärs wenn du mal rutschen möchtest genau genau richtig geht das nur bei einer bestimmten Rutsche? wer ist gerutscht? ich bin gerutscht ich glaub ich hab Lara grad bei der Leiter hoch oder? Hiski Hiski so rutscht man nicht hat Hiski wieder gefankt oh 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 wie rutscht man ich bin jetzt dann runtergelaufen Hiski Hiski ne 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 doch du bist irgendwie wieder auf der Rutsche gelandet und dann hat Pro Noobie schießt auf mich übrigens Pro Noobie schießt auf mich ich schieß auf Brand und er ist tot ok das ist Lara Lara und Rod ist eh das innocent nee ah ok hast du recht Hiski zur Verteidigung ich hatte keinen Job Aua 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 äh warum ist hier ein Blutbad? äh Gott verdammt ok was macht ihr alle? ähm warte kurz warte wurde Hiskis Leiche schon bestätigt? ich hab da vorher nicht drauf geschaut ja ich glaub schon weil ok nochmal nochmal ach kack Mist die ganzen Waffen sind alle blut die ganzen Waffen sind alle blut ähm ey ey was ist das denn schießen die Scheiße hier? ich muss mal kurz nachhören nein Niko bleib mal kurz stehen jawohl es gibt zwei Jahre ja Pro ne zuerst ignorieren und dann da reinrennen wollen wo Matze war ja ja ich hab schon verstanden dass du hier der Traitor warst äh ich spreche mal eben den Hiski ne hello Pro nu lass den mal stören hast du doch jeder gehört ja war doch richtig du hast dich dein Handy gestellt und wolltest wahrscheinlich eine Bombe legen ne ihr wart beide genau die Bösen die ich vermutet hatte äh PS ich kenn jetzt aber diesmal auch keinen Job ja irgendwie seltsam ja ist irgendwie buggy manchmal hat man ihn manchmal hat man ihn nicht ja Matze was hast du denn gemacht ey gar nix da bist du ja jetzt mit Leben alter du musst da mit Leben okay das ist ja aggressiv ich hab deine ganze Folge auch keinen Job gehabt komm es geht die Stürme jetzt wieder zu random 20% hat man einen Job und manchmal nicht wer schießt schon und warum wer macht hier Fensterscheiben kaputt ich weil er kann ich glaub Lara hinterher bei Hiski auf jeden Fall ihr seid zu Besuch im Schwimmbad und macht sofort Randale nein war das ne Lüge ah da hinten ist Grunt wird er verfolgt wie kannst du sehen von Tabby ist nur paranoid ja das auch wenn ich dich verfolgen würde so hier vorne genau vor mir ist Grunt warst du das? Lara hat grad Blut gespritzt ich weiß auch nicht warum Whisky ist hier irgendwo Whisky ist auf jeden Fall Traitor oder Jakar eins von beiden also ich vertrauch Grunt Grunt erstmal nicht weil ich ihm sonst niemanden sehe guck mal bitte auch nicht da nutzt schon wieder ein Glitch da sitzt du wie oben ich habe Hast du auch den Weeping Angel gesehen? ne Grunt hast du hier ich habe den Jakar gekillt Irgendwo tauchte er auf und ging weg ja nicht nicht das ich bin gut bin das gerade gekillt der ist der wollte mich killen und ich habe der ist Jakar oder war Jakar wo ist der Engel? oder auf wen ging denn der Engel? ich weiß nicht der tauchte hier in der Luft auf und dann schaute er da hinten in die Richtung und verschwand aber du hast den ja nicht geschossen ich glaube du hast den ja nicht geschossen weil oh hi Lara Lara ist hier bei uns du hast den ja nicht geschossen weil ich glaube dafür muss man ja Waffe wechseln ja ich habe keine Ahnung ich wusste nicht mal dass der Engel drin ist bis ich die letzte vorletzte Runde gesehen habe hola dein läuft Matze ja der ist bei mir Hau mal auf bitte ich vertraue dir einfach ich kann dir nicht aufpassen ich kann dir doch vertrauen oder Grant? das weiß ich auch noch nicht ob ich mich selber vertrauen kann du hast die bessere Waffe von uns für hier ferner an den Griff wenn was ist äh ich gehe mal auf Waffen suche meine Waffe scheiße aber wo ist denn der Engel? ich will den ja auch mal anschauen Matze er schießt nein doch und du bist in den komischen Traitorraum ne doch er sagt Matze ist definitiv er schießt ihn nicht Matze erklär uns er hat doch den Puls closed Matze warum musst du den Spaß verderben ja ähm grunt 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 sag mal sag mal spinnst du grunt? was soll das? was soll das? also Matze und grunt Matze und grunt nein doch die schlimmste Kombi für euch ich schwör ne wo ist er denn jetzt hin? Aua ey aber meiner wie können wir uns jetzt Pro-Nubi schnappen ey lass uns den schnappen ey na komm doch ey 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 warte mal rein doch weg wo ist der denn? pass mal auf Grunt jetzt pass auf übrigens ich kann den Shop wieder nicht benutzen ne oh lol jao hol's er jao hinter oben 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 ist aber hinter oben links links war er ja siehste da wo die kleine Rutsche ist da wo die kleine Rutsche ist genau ja warte ich teleportier mich da hoch eben was siehne ich habste ja nicht ich habste ja nicht ja siehste das ist nämlich genau der Fehler da ist mir hier oben wo ist er? bei der kleinen bei der kleinen hier links hinter dir irgendwo ach da hast du jetzt runtergejumpt? ich suche ihn ja such mich mal ich finde ihn aber nicht ah da ist er wo ist da ist er? pass auf der kommt zu wo bist du denn? mhm ach ich muss mich eben dahin teleportieren ach geht nicht Moment uah ich back ne doch nicht alles gut oh ich hab ihn oh ich bin weg uh das war knapp äh Max Max von Limonade da bei mir ist er grad so rumgeglitscht ach ich hab ihn voll in die rechte Titte geschossen Lucky Lucky ich hab halt weder als Jakkar noch als Verräter grad oder so oh Folge vorbei ne mhm job gut dann war's das mit der Folge vielen Dank für's zu sehen falls euch der Part gefallen hat das noch ein Like da und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier wieder cheerio tschüssi tschüss ne bei 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 Vielen Dank.